Wenn wir zu viel Stress in der Schule oder allgemein im Leben haben, sollten wir dann unsere Ambitionen senken. Willkommen zurück, hier ist Leo, dein Abiturcoach, heute mal in einem sehr entspannten Tempo mit einer aber umso wichtigeren Frage, und zwar Stress. Ich glaube, dass Stress in unserer Gesellschaft noch nicht die Aufmerksamkeit bekommt, die das Thema vielleicht verdient hätte, weil ich glaube, dass es vor allem unter uns ambitionierten Menschen einfach ein sehr, sehr großes Thema ist. Und auch für mich ist es ein sehr wichtiges Thema, denn Stress war sehr schnell eine Sache, die ich in meinen letzten drei Jahren Persönlichkeitsentwicklung als einen der Dinge identifiziert habe, wo ich ganz klar gesagt habe, okay, das möchte ich nicht. Es gab Dinge wie Anstrengung, es gab Dinge wie Ermüdung, es gab Dinge wie Angst, die vielleicht auch nicht angenehm waren, aber eine Sache, die Nummer eins Sache, die ich nie empfinden wollte, war Stress. Weil ich wusste, dass du dir Stress immer selbst machst. Ich wusste, dass du, Anstrengung ist halt notwendig, ich wusste, dass durch Angst gehen notwendig ist. Ich wusste, dass du mal überfordert sein wirst. Das war mir alles klar, aber ich wusste, dass du dir Stress selbst machst. Und deswegen wollte ich nie mal Stress empfinden oder zumindest in dem Moment, wo ich Stress empfunden habe, war für mich ganz klar, okay, daran möchte ich was ändern. Und deswegen ist es für mich ein total wichtiges Thema, weil ich glaube, wir alle empfinden sehr oft sehr viel Stress und auch für mich beispielsweise, gerade in meinem YouTube-Journey sozusagen, ist jetzt aktuell ein Punkt, wo ich einfach merke, wow, wow, jeden Tag ein YouTube-Video, jeden Tag eine Stunde lang ein Instagram-Livestream, immer um 18 Uhr, jeden Tag zwei Posts auf Instagram, jeden Tag Storys auf Instagram, Kommentare beantworten, WhatsApp-Gruppen, Instagram-DMs beantworten und, 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 Kommentare mit dem Team in Verbindung stehen und so weiter. Dann dazu die Kroatien-Reise, die ich hier auf YouTube noch gar nicht erwähnt habe, werde ich mal noch ein Video dazu machen, planen und organisieren und, 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 und. Dass es einfach irgendwann viel wird. Dass es einfach fucking viel wird. Und auch wenn natürlich dann auch einfach die Community wächst und einfach auch du eine größere Verantwortung hast, auch den Content zu liefern, dann ist es einfach Stress. Es ist einfach Stress. Und im ersten Moment vielleicht nicht Stress, sondern erstmal eine größere Belastung. Und wenn du dann am Tag nicht mit deinem Ziel hinterherkommst, dann wird es halt zu Stress. Und wenn ich, wie schon immer in meinem Leben, schon immer, wenn ich große Ziele hatte, wenn ich große Ambitionen hatte und dann sehr, sehr viel dafür getan habe, wirklich Gas gegeben habe, durchgegastet habe, und dann an meine Grenzen gekommen bin und dann das anderen Menschen geteilt habe, vor allem mit Menschen noch in meinem herkömmlichen Umfeld, also nicht Menschen, die ich mir bewusst ausgesucht habe, wie beispielsweise Freunde aus der Schule oder auch die Familie, dann bekommst du oft zu hören, ja, dann mach halt einfach ein bisschen weniger. Dann mach halt einfach ein bisschen weniger. Nimm dich zurück. Gib dir mehr Pause. Und das ist vielleicht auch eine Sache, die dir total oft gesagt wird, wenn du in der Schule einfach eine richtig, richtig gute Note, einen richtig, richtig guten Abiturschnitt bekommen möchtest und bekommen wolltest jetzt vielleicht, wenn du dieses Jahr Abitur gemacht hast. Oder auch, wenn du jetzt voll ins Leben rein startest und große Pläne hast und du dann überfordert bist, du Angst hast, du dir Stress machst. Dass dann Leute sagen, warum? Warum? Warum stresse ich da so rein? Fall doch einfach mal in den Gang zurück. Und ich habe das eben auch jahrelang selbst bekommen und kriege ich jetzt wahrscheinlich so viel wie nie zuvor. Leo, du verrennst dich. Leo, du nimmst dir zu viel vor. Warum willst du mal immer das nächste, größte, beste erreichen? Und gerade in Momenten, in denen es für einen selber hart ist, wo man vielleicht auch mal einen Rückschlag bekommt, wo vielleicht mal das Feedback nicht so positiv ist, was zwar jetzt bei mir noch nie wirklich vorgekommen ist, aber, ja, es gibt einfach Tage, da wirst du nicht aufstehen. Es gibt einfach Tage, wo du jetzt mal keinen Bock hast, noch die Sache zu lernen oder mal dich noch die Sache fürs Studium zu erkundigen. Gibt es einfach mal. Und die Frage ist dann, haben die anderen Leute vielleicht recht? Will ich zu viel? Mache ich mir zu großen Druck? Sollte ich weniger machen? Und ich habe mir diese Frage schon so oft selbst gestellt. Stelle ich sie mir aktuell. Und ich glaube ganz ehrlich, nein. Ich glaube nicht, dass es darum geht, dass man weniger macht, wenn man jetzt Stress empfindet. Ich glaube nicht, dass man einen Gang zurückschalten sollte, wenn man überanstrengt oder überfordert ist. Ich glaube auch nicht, dass man seine Lebensweise ändern sollte, wenn man jetzt noch nicht 100% zufrieden damit ist. Kann man natürlich trotzdem machen, aber es ist keine Pflicht. Was ich damit meine ist, nur weil es jetzt gerade anstrengend ist, solltest du nicht gleich von deinem Standard nach unten gehen. Sondern du solltest dir viel eher überlegen, wie kann ich es schaffen, meine Ambitionen zu verwirklichen, aber das auf eine Art und Weise, die für mich selbst angenehm ist. Ich glaube, wir können alle am Tag so unfassbar viel schaffen, was für die meisten Menschen unvorstellbar ist, an Menge, an Leistungen, die wir an einem Tag erbringen können. Und das Ganze gleichzeitig in einer Art und Weise, in der wir in jedem Moment vollkommen präsent sind und in uns ruhen. Das bedeutet, ich glaube, dass du ein 1.0 Abitur schreiben kannst, ich glaube, dass du 6 Stunden am Tag lernen kannst, aber du eben 6 Stunden fokussiert, hochkonzentriert arbeitest, ohne dir Druck zu machen. Weil du weißt, dass wenn du genau in dieser Art und Weise hochfokussiert, ganz konzentrierst, 6 Stunden am Tag lernst, dass du dann garantiert, absolut garantiert, bestens für jede Klausur, jede Abfrage und auch für das Abitur ideal vorbereitet bist oder später auch im Studium, in deinem Job oder allgemein im Leben, dass du dir allgemein im Leben keinen Stress machst in der Hinsicht, oh, ich muss ja die ganzen Dinge noch schaffen. Sondern du ganz genau weißt, wenn ich jetzt in mir ruhe, in dem vollen Fokus auf den jetzigen Moment, komplett konzentriert auf die Sache, die ich jetzt im Moment gerade tue, dass du dann immer dich auf deiner aktuellen maximalen Höchstgeschwindigkeit bewegst. Und wenn wir uns das zu Herzen nehmen, wenn wir einfach mal tiefer in uns gehen, wir hatten gerade eben die Live-Meditation auf Instagram, die jeden Sonntag um 18 Uhr stattfindet. Und es ging darum, wie du wahre Ruhe, Ruhe für deine Gedanken, für deine Erwartungen, für deine Ängste, wirklich in dir selbst kreierst. Und wir haben am Ende die Angst mitgenommen. Wir haben die Angst, die Erwartungen alle mitgenommen, raus aus deinem Kopf gepackt, das Gefühl von maximaler Entspannung in uns verankert, so stark, dass wir jetzt diese Entspannung weiterhin in uns tragen. Egal, was spielt, egal, ob die Ängste wiederkommen, ob die Erwartungen wiederkommen, ob der Gedanke wieder in die Zukunft kommt. Wir sind im Jetzt verankert. Wir ruhen. Und das hilft uns, auch ganz, ganz große Dinge unfassbar entspannt zu erreichen. Und deswegen glaube ich, dass wenn du aktuell zu viel Stress empfindest, will ich nicht im ersten Moment deine Ziele runterschrauben, sondern überleg dir, wie kannst du es schaffen, diese Ziele zu erreichen, nur in einer für dich angenehmen Art und Weise. Ich glaube wir immer an dich. Wir sehen uns im nächsten Video. Euer Leo. Wir sehen uns im nächsten Video. Wir sehen uns im nächsten Video. Vielen Dank.